Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Caroline, wherever you are You do what you have to do to keep everyone alive till I get there Das war's. 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 Find a way to reverse the belt and get up to the sail platform elevator Ah Sei still! Meine Cousin, Herrmann, musste nach einem seiner Massaker sauber machen. Alter Wochenblatt, Alträume. Danke. Das klingt schon so schrecklich. Alter Wochenblatt, Alträume. Alter Wochenblatt! Oder? Alter Wochenblatt, Alträume. Auf der Barsch mit, Alträume. Nein, das war es schon. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Oh, mein. Weiss! What a funny sight! The mastermind, crawling around in her own Training. Toa! Mask 가는, you're awake. What's left of me. I came for you. How you holding up, Caroline? Don't know how she found us. Ich habe mich irgendwie verletzt. Sie hat uns verletzt. Ich habe alles verletzt. Du denkst... ... du bist der Heroin, William Joseph Blazkowitsch? Sie den Hohen, den Kruppel! Ich sage dir... ... du bist nicht. Nur die Degenerate Rats des Slums admire dich. Die Filthy-Drecks... ...festering in der Ghetto. Aber wenn sie dich sehen... ... das wird verändern. Ich werde dich auf internationale Telefon. Und... ... look everybody! Is... Is... ... is this how a hero looks like? A crippled wretch of a man... ...peeing in a tube! Everyone will see what a useless joke you are. Los, los... Ah! Ah! Dankeschön! Oh! Zieh sie am Kragen hoch! Bow your head! Don't be silly! The resistance does not bow! Mutter! Siegun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch! Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Aber bitte, du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie's durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons! Ganz abzusehen! Von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast! Du willst sie befreien? Gut! Nimm! Nimm! Mach schon! Befrei ihren Kopf von ihren Schultern! Du hast mein Tagebuch gelesen! Lenk nicht ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen! Los! Prof, los! Los, Los! Los, 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 Los! Los, 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 Los! Stop! For God's sake. Stop! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon an! Nein, ich kann das nicht! Ein Tagbuch, mit perversionen und verräterischen Worten. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Seite für Seite ergießt dich dein widerwärtiger Geist! Wenn du aufgehst wie eine dicke, fette Seekuh! Verstehst du nicht, was für eine Lagen du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden! Du hattest kein Recht, es zu lesen! Caroline Becker, leader of the Chryso Circle, the criminal mastermind. Never give up, Blazkowicz. Never give in to these people. Ich glaube nicht. Ich glaube... Du bist nur ein... Ich bin ein... Caroline! Oh nein! Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein Meister. Look at this. Oh, strange. One moment she was here, and now she's gone. Nein. Wer hat diese Augen noch nie mit den Lover's Gays? Sieht's? Gets, gets, gets? Mua! Mua! Das ist nicht komisch. Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Und nun, zu dir. Also another friend of yours, yes? Stop! No more of this! Mutter, bitte hör auf, es reicht aus dem Weg! Nein! Mister! Captain, put this out! Hilf mir! Bescheid mich! Das ist mein Tagamur! Mensch, dies! Nein! Oh, was my ears? Oh, was a mess. What a mess. Make it quick. What? Hey, I'm no cold-witted killer like your mom. Thank you for this. I can help you. I can give you information. Military secrets. I can tell you how to release your U-boat. And also there are skip pods over there. I know the codes to open them. Hey, hey, back up. How do we release the U-boat? The door there leads to the controller bay with the electromagnetic tractor arms. You can deactivate them from there and that will release your boat. Wait, you can get this door open? Yes. Captain, come on, go in there. Find the controller bay and release our U-boat. I'm going to stay here and defend the escape pods. Hurry back and we'll get out of here together. Let's get this done. Vielen Dank.